Hier mal ein kurzer Tipp zur App Paypal. Also zum Beispiel hier auf iOS bin ich gerade angemeldet in der Paypal-App und es gibt da eben diesen Profil-Button. Und hier auf dieser Ansicht kann man quasi jetzt einen Benutzernamen definieren für Paypal und über diesen Benutzernamen können dann Leute quasi einem Geld senden. Das heißt jetzt hier zum Beispiel www.paypal.com und dann slash Bayer Stephan und dann kann man mir da eben Geld senden über diesen Namen. Und ich würde euch empfehlen überall, wo ihr an fremde Leute quasi auf eBay Kleinanzeigen oder andere Tauschgeschäfte, die ihr so macht, dass ihr da überall immer nicht eure E-Mail-Adresse rausgebt, sondern eben hier nur diesen Handle quasi oder diesen Tag von Paypal, also diesen Paypal-Namen und darüber kann dann auch die andere Person euch Geld senden und ihr könnt es auch empfangen. Und damit ist es quasi ein bisschen sicherer, weil die andere Person nicht unbedingt eure E-Mail-Adresse hat oder kennt und damit auch eventuell euch nicht jetzt hier bei 5 Newsletter oder so anmelden kann oder auch keine andere Probleme für euch verursachen kann. Deswegen empfiehlt sich quasi immer bei so Tauschgeschäften, eBay Kleinanzeigen und so weiter, wo man mit Personen zu tun hat, die man jetzt nicht unbedingt vielleicht vertraut oder auch die, wo man jetzt nicht möchte, dass die die E-Mail-Adresse für die ganze Zeit oder in Zukunft dann die ganze Zeit haben. Da empfiehlt es sich immer, hier quasi nur diesen Paypal-Tag-Namen rauszugeben und auch den immer nur zu verwenden bzw. den da immer nur zu zeigen. Zusätzlich noch den Hinweis, also man muss hier quasi initial, dass man das nutzen kann, auch erstmal diesen Username vergeben auf Paypal. Also bei mir jetzt hier das Ad Stefan Bayer. Und wenn man das nicht macht, kann man natürlich da auch kein Geld empfangen. Und den muss man aber dann final quasi einmal aussuchen. Und deswegen empfiehlt sich da auch so ein bisschen schlauer, das zu machen bzw. am besten halt einen Username, den ihr für lange Zeit nutzen könnt. Und das ist meistens, aus meiner Sicht zumindest, ist da meistens der Beste, wenn man halt seinen kompletten Namen einfach auch nutzt. Und dann führt das nämlich am wenigsten zu Verwirrungen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Fantasienamen oder einen Gaming-Namen nutzt, zum Beispiel wenn man Gamer ist und da in-game quasi immer noch einen anderen Name-Tag hat, also zum Beispiel hier Raptor007 zum Beispiel, wenn ich da diesen Username ja auch nutzen würde, kann es halt teilweise ja unprofessionell in Anführungszeichen wirken, wenn man da mit dem auch auftritt. Deswegen aus meiner Sicht am besten hier halt den Klarnamen nehmen und gegebenenfalls halt auch verzichten auf irgendwie das Geburtsdatum oder sonstige Realbezüge, weil je nachdem könnte es halt auch kritisch sein, wenn ihr euer Gegenüber quasi dann auf einmal weiß, okay, ihr seid hier am dem und dem Tag geboren oder ihr habt das und das Alter. Und je nachdem, das sollte man auch aus meiner Sicht zumindest eher versuchen, geheim zu halten bzw. in so Form geheim halten, dass man es hier nicht offizichtlich quasi publiziert. Und das wären vielleicht noch so zwei, drei ergänzende Worte, die man auch beachten sollte. Und eben darauf aufbauend dann noch der schlussendliche Tipp, legt euch da am besten direkt schon eine Notiz zum Beispiel in eurer Notizen-App an, wo ihr diesen PayPal-Namen reinkopiert bzw. hier diesen ganzen Link. Und immer, wenn ihr den dann benötigt, könnt ihr den hier einfach quasi über Long Press und dann Copy Link quasi herauskopieren und dann an Leute auch rausgeben und versenden. Und damit habt ihr quasi dann in Zukunft eine gute Lösung und auch eine gute Herangehensweise, wenn euch jemand nach eurer PayPal-Adresse fragt. Und das wollte ich so als Tipp hier mal kurz euch zeigen. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt die gerne unten im Kommentarbereich und sonst jetzt erstmal ciao, ciao.